ARD Text im Auftrag von Funk Jungs, Mailers und die App! Pst, dazwischen! Das ist zu Recht der Ausgangstipp im Lautstark! Hallo und herzlich willkommen! Ein volles Club, Hammer Stimmung, enorm viele Leute! Ein richtig knackiges Line-Up! Das ist Next Generation, zu Recht im Club St.Gelen! Woh! Woh! Das ist einfach drauf! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Der Klo-Club ist einfach einer der geilsten Gruppen hier in St. Gallen. Und speziell daran ist es einfach... Es ist einfach riesig. Und da ist eben mega speziell daran, ja. Das geilste an der Next Generation ist einfach... Leute! Die Jugendlichen Leute, die können sie Party machen. Das ist einfach geil. Und gehen sie brutal ab. Brutal, ja. GLEWIT GLEWIT ZURECHT VOLDER CLUB Ah, ja, das ist Clown in St. Gallen, das ist Next Generation, es gibt nichts, was mehr voll ist als der Club, wir sind es auf jeden Fall nicht. So, Bitch! Also, nicht du, nein, aber Life is a Bitch, so heisse Wände, die wir unter anderem empfehlen, das sind unsere zurechte Ausgangs-Tipps für das Weekend, und diesen Samstag, 12. Februar, Life is a Bitch, und zwar läuft Declo, und Haus, MIT dabei, das Urgestein der zürien Party gezныеnden DJ-Gogo, das ist schon sehr lange im Geschäft für die Jungen, der heisst wirklich so DJ-Go-Go, mit dabei, anche für die ältere Generation, Wenn man so sagen kann ab 21 im Supermarkt in Zürich am gleichen Tag gibt es einen Hammer-Ausgleich, nämlich Star House in Luzern. Mit dabei D-Chant1, Matt Morris, das Ganze ab 8.10 Uhr, es läuft Haus und Elektro Luft in Luzern. So zu sagen, einen guten Ausgleich zu der Fasnacht. Apropos Fasnacht, nächste Woche sind wir an der Fasnacht. Ja, und zwar zu Recht, wie es dann aussieht, wie wir dann sind. Wir werden es sehen, Fasnacht zu Recht, nächste Woche lautstatt. Bis dann, tschüss!